Hallo? Hi, hier ist Daniel. Hallo Daniel! Mensch, wie geht's dir? Seid ihr schon in der neuen Wohnung? Ja, klar. Erzähl mal, wie ist die neue Wohnung? Sie ist ziemlich groß, drei Zimmer. Also wir haben eine Küche, ein Bad, eine Toilette, ein Wohnzimmer, mein Zimmer und das Zimmer von meiner Mama. Und wie sieht dein Zimmer jetzt aus? Hast du dein Bett mitgenommen? Ja, klar. Auch den Schrank und das Regal. Aber der Schreibtisch ist neu. Der ist echt super. Und ich hab sogar einen Balkon. Echt? Einen Balkon? Das ist ja cool. Ich glaube, ich komm dich mal besuchen. Immer nur hier in Kassel. Das ist ja auch langweilig. Ja, mach das. Das ist super. Ach ja, Kassel ist so weit weg. Manchmal fühle ich mich hier echt ein bisschen allein. So ohne Freunde. Hast du dich denn schon mal verabredet? Mit jemandem aus deiner Klasse oder so? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht. Bis jetzt finde ich nur zwei aus meiner Klasse so richtig sympathisch. Ach komm. In Hannover gibt's bestimmt auch nette Leute. Und sonst so? Was ist denn da so los bei euch? Nächstes Wochenende machen wir hier ein Sportfest mit dem Motto Zusammen sind wir stark. Es geht aber nur um Mannschaftssportarten. Fußball, Volleyball, Basketball, Handball. Und du machst auch mit? Ja, meine Klasse spielt Volleyball gegen die 9b vom Max-Planck-Gymnasium. Nicht schlecht. Und abends gibt's dann noch eine große Party in einem Zelt mit DJ und so. Pommes, Bratwurst, Hähnchen und so weiter. Das ganze Programm. Na also, was willst du denn? Hoffentlich lernst du auf dem Fest noch ein paar nette Leute kennen. Ja, hoffentlich. Du, ich muss jetzt los zum Training. Lass uns doch bald wieder telefonieren. Ja, gern. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Hallo Leute, und hier ist wieder Radio Mega mit Deutsch ist cool. Dem Programm für junge Deutschlerner aus aller Welt. Mit den neuesten Hits und spannenden Informationen. Natürlich haben unsere Mega-Reporter auch heute wieder zwei tolle Themen für euch mitgebracht. Zuerst geht es um unser Lieblingsthema Fußball. Warum lieben die Menschen auf der ganzen Welt diesen Sport? Außerdem, welche Schule auf einer deutschen Insel hat nur 14 Schüler und keinen normalen Englischunterricht? Gleich hört ihr die Antwort. Tor, Tor, Tor! Sie kicken auf dem Schulhof oder sie spielen in einem Fußballverein. Millionen Deutsche spielen Fußball. Und nicht nur die Profis. Aber Fußball ist auch in Österreich und in der Schweiz die Sportart Nummer eins. Nicht so in den USA. Die Amerikaner finden Basketball, Baseball oder American Football interessanter als Fußball. Weltweit spielen mehr als 200 Millionen Menschen aktiv Fußball in einem Verein. Und jede Woche sitzen Millionen Menschen in einem Stadion, vor dem Fernseher oder vor dem Radio. Aber was macht den Fußball so interessant? Und jedes Team schießt dann in 90 Minuten so viele Tore wie möglich. Bei den Profis müssen alle in der Mannschaft sehr gute Spieler sein. Das ist klar. Aber das ist nicht genug. Sie müssen auch gut zusammenspielen. Fußball ist einfach mehr als nur ein Sport. Auf der Insel Langeoog leben 2.000 Menschen. Die Insel hat eine kleine Schule mit nur 14 Schülern. Und für die gibt es jetzt etwas Neues. Die Englischlehrerin Frau Glittenberg sitzt viele Kilometer weit weg in einer Stadt. Und ihre Schüler sitzen in ihrem Klassenzimmer auf der Insel Langeoog. Wie geht das? Auf ihrem Monitor kann Frau Glittenberg die Schüler sehen. So kann sie sogar mehrere Klassen zur selben Zeit in Englisch unterrichten. Mit einem Monitor im Klassenzimmer sehen und hören auch die Schüler ihre Lehrerin. Sie können auch Fragen stellen. Manchmal macht die Technik leider Probleme. Dann ist das Bild von Frau Glittenberg sehr schlecht. Warum machen die das, fragst du dich vielleicht. Macht so ein Unterricht Spaß? Die Antwort ist ganz einfach. Nur so können die Schüler Englisch und andere Fächer lernen, die es in ihrer Inselschule nicht gibt. Denn auf der kleinen Insel wohnen nur wenige Schüler. Hallo, ich bin Larissa von der Online-Redaktion Galaxy. Wir machen zurzeit eine Umfrage zum Thema Schüler und Medien. Hast du vielleicht kurz Zeit für ein paar Fragen? Ja klar, kein Problem. Wie heißt du? Felix. Okay, Felix, dann fangen wir mal an. Siehst du oft fern? Es geht so. Manchmal abends mit meinen Eltern. Aber eigentlich finde ich das ziemlich langweilig. Warum? Na ja, mit meinen Freunden ist es lustiger. Wir treffen uns oft und schauen dann zusammen Filme an. Und wie oft hörst du Radio? Das Radio läuft eigentlich nur morgens beim Frühstück, weil meine Eltern gern Musik hören. Welche anderen Medien benutzt du so? Na ja, ich habe halt meinen Laptop und mein Smartphone, wie die meisten in meiner Klasse. Und was machst du mit dem Smartphone? Zuerst mal schreibe ich SMS oder Chatte. Aber ich mache auch viele Fotos und kleine Videofilme und schicke die dann an Freunde. Oder ich telefoniere, schreibe E-Mails und surfe im Internet und so. Ach ja, und ich höre natürlich auch Musik. Liest du gern? Richtige Bücher oder E-Books? Beides. Na ja, nicht so viel. Aber manchmal lese ich noch richtige Bücher. Fantasy finde ich ganz gut. Leider sind das ja meistens so lange Geschichten. Und das dauert dann so lange. Und E-Books? Eigentlich nicht. Meine Mutter findet das total praktisch. Sie fährt oft mit der S-Bahn oder mit dem Zug und liest dann E-Books auf ihrem Tablet. Arbeitet ihr im Unterricht auch mit Computern? Computer und Internet? Ja, wir haben in der Schule einen Medienraum. Da machen wir manchmal Online-Recherchen, Podcasts, Videofilme und sowas. In welchen Fächern denn? In Deutsch, Englisch, Geografie, Geschichte. Und wie findest du das? Das ist ganz cool. Manchmal sind wir Schüler da sogar fitter als unsere Lehrer. Echt? Und helft ihr euren Lehrern dann? Klar. Aber natürlich nur, wenn sie nett sind. Vielen Dank, Felix. Das war's schon. Kein Thema. Hat Spaß gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Jumax. Es ist wieder soweit. Endlich Ferien. Und die Schüler haben viel, viel Zeit. Aber keine Sorge, hier wird es garantiert nicht langweilig. Denn in unserem Ferienclub, Sommer in der Stadt, gibt es wieder coole Tipps für coole Städte. Ihr meint vielleicht, Berlin, Hamburg und München sind teuer? Das ist natürlich richtig, aber muss das immer so sein? Wir interessieren uns heute für Hamburg und fragen Elisa. Sie muss es eigentlich wissen, denn sie wohnt in Hamburg und geht dort zur Schule. Elisa, erzähl doch mal. Braucht man immer viel Geld, wenn man nach Hamburg fährt? Hi, ich bin Elisa, wohne in Altona und hab hier ein paar Tipps für Schüler. Natürlich kann man auch mit wenig Geld tolle Sachen in Hamburg machen. Mein erster Tipp für euch. Der Hamburger Fischmarkt. Er ist sehr berühmt und eine Attraktion für Touristen. Hamburg ohne Fischbrötchen ist wie Köln ohne Karneval. Und woher kommt der Fisch? Genau, vom Fischmarkt. Aber nicht nur frischen Fisch gibt es dort, auch Obst und Blumen oder Livemusik und viele, viele Leute. Zwischen April und Oktober geht es schon um 5 Uhr morgens los und von November bis März um 7 Uhr. Kaufen ist nicht wichtig, aber ich sag euch, das muss man einfach mal gesehen haben. Und hier mein zweiter Tipp. Ihr möchtet gern mit Freunden am Strand liegen, ein bisschen feiern und vielleicht eine Cola trinken? Kein Problem. An der Elbe gibt es einen wunderschönen Strand. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Da fahren diese riesigen Containerschiffe aus aller Welt vorbei. Sowas sieht man wirklich nicht jeden Tag. Die Cola bekommt man in der Strandperle. Das ist ein Kiosk, da kann man Getränke kaufen, sie mitnehmen und sich einfach ans Wasser setzen. So, das waren unsere Hamburg-Tipps für heute. Morgen hört ihr im Ferienclub Sommer in der Stadt Luca aus Berlin mit seinen besten Tipps für die Hauptstadt. Macht's gut, genießt eure Ferien und tschüss bis morgen. Hi Tom, wie war dein Wochenende? Wart ihr am Bechinger See schwimmen? Hi Lea, ja, waren wir. Eigentlich wollten wir ja eine Fahrradtour machen. Aber mein Fahrrad ist leider kaputt. Deshalb sind wir zum See gegangen. Wir hatten unsere Schwimmsachen dabei und waren sogar im Wasser. Ganz schön kalt. Cool. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Und abends hat David seinen Geburtstag gefeiert. Na toll. Und ich durfte zu Hause sitzen und Mathe lernen. Nicht sehr witzig. Ich wollte so gern noch eine DVD anschauen. Aber dann war es schon zu spät. Sag mal, hast du eigentlich was von Felix gehört? Ja, der hat mich angerufen. Er hat Grippe und liegt im Bett. Schon seit Donnerstag. Ich glaube, er hat auch Fieber. Oh je. Ach, deshalb war er nicht auf dem Konzert. Welches Konzert? Davids Schwester, Marie, spielt doch in einer Band. Und die hatte gestern ein kleines Konzert. Ach ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Naja, dann... Du, Lea, weißt du eigentlich schon, dass Emma Heller jetzt auch Basketball beim TSV spielt? Emma? Echt? Für Basketball muss man doch groß sein. Hi Tessa, wie geht's? Bruh, hier ist das schon wieder so kalt und es regnet den ganzen Tag. So richtig November. Wie ist denn das Wetter bei euch? Ihr wolltet doch heute einen Ausflug machen. Eigentlich ganz gut. Aber es ist ein bisschen windig und kühl. Regnet es? Nein, zum Glück gibt es keinen Regen. Und jetzt scheint sogar die Sonne. Heute Morgen war der Himmel noch ganz grau. Nun erzähl doch mal, Janis. Was für Projekte habt ihr denn gemacht? Mein Freund Lars hat bei dem Projekt Schüler helfen Schülern im Netz mitgemacht. Er interessiert sich für Computer und Internet. Na, und du? Ich wollte erst beim Tauschflohmarkt mit Büchern mitmachen. Aber dann haben wir doch lieber etwas anderes gemacht. Wir haben auf dem Schulhof Müll gesammelt und eine Schulwand angemalt. Das Thema war, den Schulhof sauberer und schöner machen. Sag mal, Charlotte, was möchtest du denn später gern mal machen? Welche Berufe findest du spannend? Ach, ich weiß noch nicht so genau. Ich interessiere mich für Chemie und Biologie. Aber ich glaube, Ärztin möchte ich nicht werden. Das ist bestimmt stressig. Und Architektin? Wie findest du das? Das ist doch ein interessanter Beruf. Ach nein, lieber nicht. Am schönsten finde ich die Musik. Ich liebe meine Gitarre. Musikerin in einer Band. Das ist mein Traum. Schau mal, kennst du die Frau da? Ist das die neue Sportlehrerin? Weiß ich nicht. Wen meinst du denn? Die Frau da hinten mit den blonden, lockigen Haaren? Nein, nicht die blonde. Die daneben. Ah, die mit den dunklen, glatten Haaren. Nein, ich meine die große mit den dunklen, lockigen Haaren. Ach so. Nein, die kenne ich nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Hallo? Hi, hier ist Daniel. Hallo Daniel. Mensch, wie geht's dir? Seid ihr schon in der neuen Wohnung? Ja, klar. Erzähl mal, wie ist die neue Wohnung? Sie ist ziemlich groß. Drei Zimmer. Also, wir haben eine Küche, ein Bad, eine Toilette, ein Wohnzimmer, mein Zimmer und das Zimmer von meiner Mama. Und wie sieht dein Zimmer jetzt aus? Hast du dein Bett mitgenommen? Ja, klar. Auch den Schrank und das Regal. Aber der Schreibtisch ist neu. Der ist echt super. Und ich habe sogar einen Balkon. Echt? Einen Balkon? Das ist ja cool. Ich glaube, ich komme dich mal besuchen. Immer nur hier in Kassel. Das ist ja auch langweilig. Ja, mach das. Das ist super. Ach ja, Kassel ist so weit weg. Manchmal fühle ich mich hier echt ein bisschen allein. So ohne Freunde. Hast du dich denn schon mal verabredet? Mit jemandem aus deiner Klasse oder so? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht. Bis jetzt finde ich nur zwei aus meiner Klasse so richtig sympathisch. Ach komm, in Hannover gibt's bestimmt auch nette Leute. Und sonst so? Was ist denn da so los bei euch? Nächstes Wochenende machen wir hier ein Sportfest mit dem Motto Zusammen sind wir stark. Es geht aber nur um Mannschaftssportarten. Fußball, Volleyball, Basketball, Handball. Und du machst auch mit? Ja. Meine Klasse spielt Volleyball. Gegen die 9b vom Max-Planck-Gymnasium. Nicht schlecht. Und abends gibt's dann noch eine große Party in einem Zelt. Mit DJ und so. Pommes, Bratwurst, Hähnchen und so weiter. Das ganze Programm. Na also, was willst du denn? Hoffentlich lernst du auf dem Fest noch ein paar nette Leute kennen. Ja, hoffentlich. Du, ich muss jetzt los zum Training. Lass uns doch bald wieder telefonieren. Ja, gern. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Hallo Leute. Und hier ist wieder Radio Mega mit Deutsch ist cool. Dem Programm für junge Deutschlerner aus aller Welt. Mit den neuesten Hits und spannenden Informationen. Natürlich haben unsere Mega-Reporter auch heute wieder zwei tolle Themen für euch mitgebracht. Zuerst geht es um unser Lieblingsthema Fußball. Warum lieben die Menschen auf der ganzen Welt diesen Sport? Außerdem, welche Schule auf einer deutschen Insel hat nur 14 Schüler und keinen normalen Englischunterricht? Gleich hört ihr die Antwort. Tor! 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 Sie kicken auf dem Schulhof oder sie spielen in einem Fußballverein. Millionen Deutsche spielen Fußball. Und nicht nur die Profis. Aber Fußball ist auch in Österreich und in der Schweiz die Sportart Nummer eins. Nicht so in den USA. Die Amerikaner finden Basketball, Baseball oder American Football interessanter als Fußball. Weltweit spielen mehr als 200 Millionen Menschen aktiv Fußball in einem Verein. Und jede Woche sitzen Millionen Menschen in einem Stadion, vor dem Fernseher oder vor dem Radio. Aber was macht den Fußball so interessant? Die Regeln sind einfach. Der Ball muss ins Tor. Zehn Spieler und ein Torwart spielen in jeder Mannschaft. Und jedes Team schießt dann in 90 Minuten so viele Tore wie möglich. Bei den Profis müssen alle in der Mannschaft sehr gute Spieler sein. Das ist klar. Aber das ist nicht genug. Sie müssen auch gut zusammenspielen. Fußball ist einfach mehr als nur ein Sport. Waren die Profispieler gut in der Schule? Haben ihre Eltern viel Geld? Welche Nationalität haben sie? Auf der Insel Langeoog leben 2000 Menschen. Die Insel hat eine kleine Schule mit nur 14 Schülern. Und für die gibt es jetzt etwas Neues. Die Englischlehrerin Frau Glittenberg sitzt viele Kilometer weit weg in einer Stadt und ihre Schüler sitzen in ihrem Klassenzimmer auf der Insel Langeoog. Wie geht das? Auf ihrem Monitor kann Frau Glittenberg die Schüler sehen. So kann sie sogar mehrere Klassen zur selben Zeit in Englisch unterrichten. Mit einem Monitor im Klassenzimmer sehen und hören auch die Schüler ihre Lehrerin. Sie können auch Fragen stellen. Manchmal macht die Technik leider Probleme. Dann ist das Bild von Frau Glittenberg sehr schlecht. Warum machen die das, fragst du dich vielleicht. Macht so ein Unterricht Spaß? Die Antwort ist ganz einfach. Nur so können die Schüler Englisch und andere Fächer lernen, die es in ihrer Inselschule nicht gibt. Denn auf der kleinen Insel wohnen nur wenige Schüler. Hallo, ich bin Larissa von der Online-Redaktion Galaxy. Wir machen zurzeit eine Umfrage zum Thema Schüler und Medien. Hast du vielleicht kurz Zeit für ein paar Fragen? Ja klar, kein Problem. Wie heißt du? Felix. Okay, Felix, dann fangen wir mal an. Siehst du oft fern? Es geht so. Manchmal abends mit meinen Eltern. Aber eigentlich finde ich das ziemlich langweilig. Warum? Naja, mit meinen Freunden ist es lustiger. Wir treffen uns oft und schauen dann zusammen Filme an. Und wie oft hörst du Radio? Das Radio läuft eigentlich nur morgens beim Frühstück, weil meine Eltern gern Musik hören. Welche anderen Medien benutzt du so? Naja, ich habe halt meinen Laptop und mein Smartphone, wie die meisten in meiner Klasse. Und was machst du mit dem Smartphone? Zuerst mal schreibe ich SMS oder Chatte. Aber ich mache auch viele Fotos und kleine Videofilme und schicke die dann an Freunde. Oder ich telefoniere, schreibe E-Mails und surfe im Internet und so. Ach ja, und ich höre natürlich auch Musik. Liest du gern? Richtige Bücher oder E-Books? Beides. Naja, nicht zu viel. Aber manchmal lese ich noch richtige Bücher. Fantasy finde ich ganz gut. Leider sind das ja meistens so lange Geschichten. Und das dauert dann so lange. Und E-Books? Eigentlich nicht. Meine Mutter findet das total praktisch. Sie fährt oft mit der S-Bahn oder mit dem Zug und liest dann E-Books auf ihrem Tablet. Arbeitet ihr im Unterricht auch mit Computer und Internet? Ja, wir haben in der Schule einen Medienraum. Da machen wir manchmal Online-Recherchen, Podcasts, Videofilme und sowas. In welchen Fächern denn? In Deutsch, Englisch, Geografie, Geschichte. Und wie findest du das? Das ist ganz cool. Manchmal sind wir Schüler da sogar fitter als unsere Lehrer. Echt? Und helft ihr euren Lehrern dann? Klar. Aber natürlich nur, wenn sie nett sind. Vielen Dank, Felix. Das war's schon. Kein Thema. Hat Spaß gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Jumax. Es ist wieder soweit. Endlich Ferien. Und die Schüler haben viel, viel Zeit. Aber keine Sorge, hier wird es garantiert nicht langweilig. Denn in unserem Ferienclub Sommer in der Stadt gibt es wieder coole Tipps für coole Städte. Ihr meint vielleicht, Berlin, Hamburg und München sind teuer? Das ist natürlich richtig. Aber muss das immer so sein? Wir interessieren uns heute für Hamburg und fragen Elisa. Sie muss es eigentlich wissen, denn sie wohnt in Hamburg und geht dort zur Schule. Elisa, erzähl doch mal. Braucht man immer viel Geld, wenn man nach Hamburg fährt? Hi, ich bin Elisa, wohne in Altona und hab hier ein paar Tipps für Schüler. Natürlich kann man auch mit wenig Geld tolle Sachen in Hamburg machen. Mein erster Tipp für euch. Der Hamburger Fischmarkt. Er ist sehr berühmt und eine Attraktion für Touristen. Hamburg ohne Fischbrötchen ist wie Köln ohne Karneval. Und woher kommt der Fisch? Genau, vom Fischmarkt. Aber nicht nur frischen Fisch gibt es dort, auch Obst und Blumen oder Livemusik und viele, viele Leute. Zwischen April und Oktober geht es schon um 5 Uhr morgens los und von November bis März um 7 Uhr. Kaufen ist nicht wichtig, aber ich sag euch, das muss man einfach mal gesehen haben. Und hier mein zweiter Tipp. Ihr möchtet gern mit Freunden am Strand liegen, ein bisschen feiern und vielleicht eine Cola trinken? Kein Problem. An der Elbe gibt es einen wunderschönen Strand. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Da fahren diese riesigen Containerschiffe aus aller Welt vorbei. Sowas sieht man wirklich nicht jeden Tag. Die Cola bekommt man in der Strandperle. Das ist ein Kiosk, da kann man Getränke kaufen, sie mitnehmen und sich einfach ans Wasser setzen. So, das waren unsere Hamburg-Tipps für heute. Morgen hört ihr im Ferienclub Sommer in der Stadt Luca aus Berlin mit seinen besten Tipps für die Hauptstadt. Macht's gut, genießt eure Ferien und tschüss bis morgen. Hi Tom, wie war dein Wochenende? Wart ihr am Bechinger See schwimmen? Hi Lea, ja, waren wir. Eigentlich wollten wir ja eine Fahrradtour machen, aber mein Fahrrad ist leider kaputt. Deshalb sind wir zum See gegangen. Wir hatten unsere Schwimmsachen dabei und waren sogar im Wasser. Ganz schön kalt. Cool. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Und abends hat David seinen Geburtstag gefeiert. Na toll. Und ich durfte zu Hause sitzen und Mathe lernen. Nicht sehr witzig. Ich wollte so gern noch eine DVD anschauen, aber dann war es schon zu spät. Sag mal, hast du eigentlich was von Felix gehört? Ja, der hat mich angerufen. Er hat Grippe und liegt im Bett. Schon seit Donnerstag. Ich glaube, er hat auch Fieber. Oh je, ach deshalb war er nicht auf dem Konzert. Welches Konzert? Davids Schwester, Marie, spielt doch in einer Band. Und die hatte gestern ein kleines Konzert. Ach ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Naja, dann... Du Lea, weißt du eigentlich schon, dass Emma Heller jetzt auch Basketball beim TSV spielt? Emma? Echt? Für Basketball muss man doch groß sein. Hi Tessa, wie geht's? Brr, hier ist das schon wieder so kalt und es regnet den ganzen Tag. So richtig November. Wie ist denn das Wetter bei euch? Ihr wolltet doch heute einen Ausflug machen. Eigentlich ganz gut. Aber es ist ein bisschen windig und kühl. Regnet es? Nein. Zum Glück gibt es keinen Regen. Und jetzt scheint sogar die Sonne. Heute Morgen war der Himmel noch ganz grau. Nun erzähl doch mal, Janis. Was für Projekte habt ihr denn gemacht? Mein Freund Lars hat bei dem Projekt Schüler helfen Schülern im Netz mitgemacht. Er interessiert sich für Computer und Internet. Na, und du? Ich wollte erst beim Tauschflohmarkt mit Büchern mitmachen. Aber dann haben wir doch lieber etwas anderes gemacht. Wir haben auf dem Schulhof Müll gesammelt und eine Schulwand angemalt. Das Thema war den Schulhof sauberer und schöner machen. Sag mal, Charlotte, was möchtest du denn später gern mal machen? Welche Berufe findest du spannend? Ach, ich weiß noch nicht so genau. Ich interessiere mich für Chemie und Biologie. Aber ich glaube, Ärztin möchte ich nicht werden. Das ist bestimmt stressig. Und Architektin? Wie findest du das? Das ist doch ein interessanter Beruf. Ach nein, lieber nicht. Am schönsten finde ich die Musik. Ich liebe meine Gitarre. Musikerin in einer Band. Das ist mein Traum. Schau mal, kennst du die Frau da? Ist das die neue Sportlehrerin? Weiß ich nicht. Wen meinst du denn? Die Frau da hinten mit den blonden, lockigen Haaren? Nein, nicht die blonde. Die daneben. Ah, die mit den dunklen, glatten Haaren. Nein, ich meine die große mit den dunklen, lockigen Haaren. Ach so. Nein, die kenne ich nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Hallo? Hi, hier ist Daniel. Hallo Daniel. Mensch, wie geht's dir? Seid ihr schon in der neuen Wohnung? Ja klar. Erzähl mal, wie ist die neue Wohnung? Sie ist ziemlich groß. Drei Zimmer. Also wir haben eine Küche, ein Bad, eine Toilette, ein Wohnzimmer, mein Zimmer und das Zimmer von meiner Mama. Und wie sieht dein Zimmer jetzt aus? Hast du dein Bett mitgenommen? Ja klar. Auch den Schrank und das Regal. Aber der Schreibtisch ist neu. Der ist echt super. Und ich habe sogar einen Balkon. Echt? Einen Balkon? Das ist ja cool. Ich glaube, ich komme dich mal besuchen. Immer nur hier in Kassel. Das ist ja auch langweilig. Ja, mach das. Das ist super. Ach ja, Kassel ist so weit weg. Manchmal fühle ich mich hier echt ein bisschen allein. So ohne Freunde. Hast du dich denn schon mal verabredet? Mit jemandem aus deiner Klasse oder so? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht. Bis jetzt finde ich nur zwei aus meiner Klasse so richtig sympathisch. Ach komm, in Hannover gibt es bestimmt auch nette Leute. Und sonst so? Was ist denn da so los bei euch? Nächstes Wochenende machen wir hier ein Sportfest mit dem Motto Zusammen sind wir stark. Es geht aber nur um Mannschaftssportarten. Fußball, Volleyball, Basketball, Handball. Und du machst auch mit? Ja, meine Klasse spielt Volleyball gegen die 9b vom Max-Planck-Gymnasium. Nicht schlecht. Und abends gibt es dann noch eine große Party in einem Zelt mit DJ und so. Pommes, Bratwurst, Hähnchen und so weiter. Das ganze Programm. Na also, was willst du denn? Hoffentlich lernst du auf dem Fest noch ein paar nette Leute kennen. Ja, hoffentlich. Du, ich muss jetzt los zum Training. Lass uns doch bald wieder telefonieren. Ja, gern. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Hallo Leute und hier ist wieder Radio Mega mit Deutsch ist cool. Dem Programm für junge Deutschlerner aus aller Welt. Mit den neuesten Hits und spannenden Informationen. Natürlich haben unsere Mega-Reporter auch heute wieder zwei tolle Themen für euch mitgebracht. Zuerst geht es um unser Lieblingsthema Fußball. Warum lieben die Menschen auf der ganzen Welt diesen Sport? Außerdem, welche Schule auf einer deutschen Insel hat nur 14 Schüler und keinen normalen Englischunterricht? Gleich hört ihr die Antwort. Tor! 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 Millionen Menschen aktiv Fußball in einem Verein. Und jede Woche sitzen Millionen Menschen in einem Stadion, vor dem Fernseher oder vor dem Radio. Aber was macht den Fußball so interessant? Die Regeln sind einfach. Der Ball muss ins Tor. Zehn Spieler und ein Torwart spielen in jeder Mannschaft. Und jedes Team schießt dann in 90 Minuten so viele Tore wie möglich. Bei den Profis müssen alle in der Mannschaft sehr gute Spieler sein. Das ist klar. Aber das ist nicht genug. Sie müssen auch gut zusammenspielen. Fußball ist einfach mehr als nur ein Sport. Waren die Profispieler gut in der Schule? Haben ihre Eltern viel Geld? Welche Nationalität haben sie? Das ist egal. Denn beim Fußball haben alle eine Chance. Auf der Insel Langeoog leben 2000 Menschen. Die Insel hat eine kleine Schule mit nur 14 Schülern. Und für die gibt es jetzt etwas Neues. Die Englischlehrerin Frau Glittenberg sitzt viele Kilometer weit weg in einer Stadt und ihre Schüler sitzen in ihrem Klassenzimmer auf der Insel Langeoog. Wie geht das? Auf ihrem Monitor kann Frau Glittenberg die Schüler sehen. So kann sie sogar mehrere Klassen zur selben Zeit in Englisch unterrichten. Mit einem Monitor im Klassenzimmer sehen und hören auch die Schüler ihre Lehrerin. Sie können auch Fragen stellen. Manchmal macht die Technik leider Probleme. Dann ist das Bild von Frau Glittenberg sehr schlecht. Warum machen die das, fragst du dich vielleicht? Macht so ein Unterricht Spaß? Die Antwort ist ganz einfach. Nur so können die Schüler Englisch und andere Fächer lernen, die es in ihrer Inselschule nicht gibt. Denn auf der kleinen Insel wohnen nur wenige Schüler. Hallo, ich bin Larissa von der Online-Redaktion Galaxy. Wir machen zurzeit eine Umfrage zum Thema Schüler und Medien. Hast du vielleicht kurz Zeit für ein paar Fragen? Ja klar, kein Problem. Wie heißt du? Felix. Okay, Felix, dann fangen wir mal an. Siehst du oft fern? Es geht so. Manchmal abends mit meinen Eltern. Aber eigentlich finde ich das ziemlich langweilig. Warum? Naja, mit meinen Freunden ist es lustiger. Wir treffen uns oft und schauen dann zusammen Filme an. Und wie oft hörst du Radio? Das Radio läuft eigentlich nur morgens beim Frühstück, weil meine Eltern gern Musik hören. Welche anderen Medien benutzt du so? Naja, ich habe halt mein Laptop und mein Smartphone, wie die meisten in meiner Klasse. Und was machst du mit dem Smartphone? Zuerst mal schreibe ich SMS oder Chatte. Aber ich mache auch viele Fotos und kleine Videofilme und schicke die dann an Freunde. Oder ich telefoniere, schreibe E-Mails und surfe im Internet und so. Ach ja, und ich höre natürlich auch Musik. Liest du gern? Richtige Bücher oder E-Books? Beides. Naja, nicht zu viel, aber manchmal lese ich noch richtige Bücher. Fantasy finde ich ganz gut. Leider sind das ja meistens so lange Geschichten und das dauert dann so lange. Und E-Books? Eigentlich nicht. Meine Mutter findet das total praktisch. Sie fährt oft mit der S-Bahn oder mit dem Zug und liest dann E-Books auf ihrem Tablet. Arbeitet ihr im Unterricht auch mit Computer und Internet? Ja, wir haben in der Schule einen Medienraum. Da machen wir manchmal Online-Recherchen, Podcasts, Videofilme und sowas. In welchen Fächern denn? In Deutsch, Englisch, Geografie, Geschichte. Und wie findest du das? Das ist ganz cool. Manchmal sind wir Schüler da sogar fitter als unsere Lehrer. Echt? Und helft ihr euren Lehrern dann? Klar. Aber natürlich nur, wenn sie nett sind. Vielen Dank, Felix. Das war's schon. Kein Thema. Hat Spaß gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Jumax. Es ist wieder soweit. Endlich Ferien. Und die Schüler haben viel, viel Zeit. Aber keine Sorge, hier wird es garantiert nicht langweilig. Denn in unserem Ferienclub Sommer in der Stadt gibt es wieder coole Tipps für coole Städte. Ihr meint vielleicht, Berlin, Hamburg und München sind teuer? Das ist natürlich richtig. Aber muss das immer so sein? Wir interessieren uns heute für Hamburg und fragen Elisa. Sie muss es eigentlich wissen, denn sie wohnt in Hamburg und geht dort zur Schule. Elisa, erzähl doch mal, braucht man immer viel Geld, wenn man nach Hamburg fährt? Hi, ich bin Elisa, wohne in Altona und habe hier ein paar Tipps für Schüler. Natürlich kann man auch mit wenig Geld tolle Sachen in Hamburg machen. Mein erster Tipp für euch. Der Hamburger Fischmarkt. Er ist sehr berühmt und eine Attraktion für Touristen. Hamburg ohne Fischbrötchen ist wie Köln ohne Karneval. Und woher kommt der Fisch? Genau, vom Fischmarkt. Aber nicht nur frischen Fisch gibt es dort, auch Obst und Blumen oder Livemusik und viele, viele Leute. Zwischen April und Oktober geht es schon um 5 Uhr morgens los und von November bis März um 7 Uhr. Kaufen ist nicht wichtig, aber ich sag euch, das muss man einfach mal gesehen haben. Und hier mein zweiter Tipp. Ihr möchtet gern mit Freunden am Strand liegen, ein bisschen feiern und vielleicht eine Cola trinken? Kein Problem. An der Elbe gibt es einen wunderschönen Strand. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Da fahren diese riesigen Containerschiffe aus aller Welt vorbei. Sowas sieht man wirklich nicht jeden Tag. Die Cola bekommt man in der Strandperle. Das ist ein Kiosk, da kann man Getränke kaufen. Sie mitnehmen und sich einfach ans Wasser setzen. So, das waren unsere Hamburg-Tipps für heute. Morgen hört ihr im Ferienclub Sommer in der Stadt Luca aus Berlin mit seinen besten Tipps für die Hauptstadt. Macht's gut, genießt eure Ferien und tschüss bis morgen. Hi Tom, wie war dein Wochenende? Wart ihr am Bechinger See schwimmen? Hi Lea, ja, waren wir. Eigentlich wollten wir ja eine Fahrradtour machen, aber mein Fahrrad ist leider kaputt. Deshalb sind wir zum See gegangen. Wir hatten unsere Schwimmsachen dabei und waren sogar im Wasser. Ganz schön kalt. Cool, schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Und abends hat David seinen Geburtstag gefeiert. Na toll, und ich durfte zu Hause sitzen und Mathe lernen. Nicht sehr witzig. Ich wollte so gern noch eine DVD anschauen, aber dann war es schon zu spät. Sag mal, hast du eigentlich was von Felix gehört? Ja, der hat mich angerufen. Er hat Grippe und liegt im Bett. Schon seit Donnerstag. Ich glaube, er hat auch Fieber. Oh je. Ach, deshalb war er nicht auf dem Konzert. Welches Konzert? Davids Schwester, Marie, spielt doch in einer Band. Und die hatte gestern ein kleines Konzert. Ach ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Na ja, dann... Du, Lea, weißt du eigentlich schon, dass Emma Heller jetzt auch Basketball beim TSV spielt? Emma? Echt? Für Basketball muss man doch groß sein. Hi, Tessa. Wie geht's? Boah, hier ist das schon wieder so kalt und es regnet den ganzen Tag. So richtig November. Wie ist denn das Wetter bei euch? Ihr wolltet doch heute einen Ausflug machen. Eigentlich ganz gut. Aber es ist ein bisschen windig und kühl. Regnet es? Nein. Zum Glück gibt es keinen Regen. Und jetzt scheint sogar die Sonne. Heute Morgen war der Himmel noch ganz grau. Nun erzähl doch mal, Janis. Was für Projekte habt ihr denn gemacht? Mein Freund Lars hat bei dem Projekt Schüler helfen Schülern im Netz mitgemacht. Er interessiert sich für Computer und Internet. Na, und du? Ich wollte erst beim Tauschflohmarkt mit Büchern mitmachen. Aber dann haben wir doch lieber etwas anderes gemacht. Wir haben auf dem Schulhof Müll gesammelt und eine Schulwand angemalt. Das Thema war, den Schulhof sauberer und schöner machen. Sag mal, Charlotte, was möchtest du denn später gern mal machen? Welche Berufe findest du spannend? Ach, ich weiß noch nicht so genau. Ich interessiere mich für Chemie und Biologie. Aber ich glaube, Ärztin möchte ich nicht werden. Das ist bestimmt stressig. Und Architektin? Wie findest du das? Das ist doch ein interessanter Beruf. Ach, nein. Lieber nicht. Am schönsten find ich die Musik. Ich liebe meine Gitarre. Musikerin in einer Band. Das ist mein Traum. Schau mal. Kennst du die Frau da? Ist das die neue Sportlehrerin? Weiß ich nicht. Wen meinst du denn? Die Frau da hinten mit den blonden, lockigen Haaren? Nein. Nicht die blonde. Die daneben. Ah, die mit den dunklen, glatten Haaren. Nein. Ich meine die große. Mit den dunklen, lockigen Haaren. Ach so. Nein, die kenn ich nicht. Die hab ich noch nie gesehen. Nein. Vielen Dank.